Sehr geehrter Ministerpräsident Rainer Haseloff, sehr geehrter Herr Professor Müller-Bahlke, sehr geehrter Herr Reinbooth, meine sehr verehrten Damen und Herren, welchen Rat hätte August Hermann Franke für das Deutschland des Jahres 2021? Welche Debatten würde er jetzt anstoßen? Was würde er vorschlagen, um Pandemiezeiten mit Kindern zu überstehen und ihnen gleiche Bildungschancen zu ermöglichen? Fest steht jedenfalls, glaube ich, dass August Hermann Franke mit seinen inklusiven Bildungsideen und seinem sozialen Engagement nicht nur für seine eigene Zeit damals kraftvolle Visionen entwickelte, nein, wie aktuell und wie inspirierend sein Denken auch für die heutige Zeit ist, bezeugen eindrücklich die Frankischen Stiftungen mit ihrem vielzeitigen Kultur- und Bildungsprogramm und ihrem Einsatz für eine demokratische, weltoffene Gesellschaft folgen sie dem gesellschaftsverändernden Impetus ihres Gründers einerseits und sie machen andererseits seine Ideen für die Gegenwart fruchtbar. Dass sich die Frankischen Stiftungen heute in diesem vorzüglichen Zustand präsentieren können und auch eine hohe internationale Reputation erlangt haben, ist vor allem den vielen engagierten Menschen vor Ort zu verdanken, die nach der Wiedervereinigung mit Weitsicht und Tatkraft ein regelrechtes Kleinod von Weltrang schufen. Allen voran dem Gründungsdirektor Paul Rabe, sowie Hans-Dietrich Genscher auch, der 1992 die Schirmherrschaft für die Sanierung der Frankischen Stiftungen übernahm. Weitsicht und Klugheit bewiesen nach dem Fall der Mauer aber auch die politisch Verantwortlichen, die trotz der unbestrittenen Zuständigkeit der Länder eine Mitverantwortung des Bundes für den kulturellen Substanzerhalt in Ostdeutschland reklamierten. Kunst und Kultur waren selbst in den Jahren der Teilung ein Fundament für Einheit und Verbundenheit. Sie sollten, wie es die Verantwortlichen im Einigungsvertrag festhielten, nun auch, ich zitiere, im Prozess der staatlichen Einheit der Deutschen auf dem Weg zur europäischen Einigung einen eigenständigen und unverzichtbaren Beitrag leisten. Um diese Vision umsetzen zu können, schuf der Bund 1995 das sogenannte Leuchtturmprogramm. Mit ihm unterstützt mein Haus bis heute national bedeutsame Kultureinrichtungen in Ostdeutschland. Dieses Leuchtturmprogramm wurde eine Erfolgsgeschichte der Deutschen Einheit und trägt noch immer zum hohen Ansehen des Vereinigten Deutschlands bei. Dafür stehen nicht zuletzt die Frankischen Stiftungen. Das über 50 Gebäude umfassende Architekturensemble gilt heute als eines der bedeutendsten Baudenkmäler aus der Zeit um 1700 und ist ein Musterbeispiel für den Aufbau Ost. Ich freue mich, dass die Bundesregierung auch den vorläufig letzten Schritt des Wiederaufbaus mit Mitteln aus dem Kulturetat unterstützen konnte. Die Instandsetzung des historischen Magazin- und Druckereigebäudes und der beiden historischen Feldscheunen. Gut 30 Jahre also nach der Wiedervereinigung haben wir mit gemeinsamer Kraftanstrengung vieles erreicht, auf das wir wirklich stolz sein dürfen. Ich bin mir sicher, würde August Hermann Franke heute durch das sanierte Ensemble schlendern, er würde es ebenso bewundern wie die Besucher einst seine Bildungsstadt. Den zukünftigen Nutzern der drei Gebäude, der Kulturstiftung des Bundes, der Universität Halle und den Frankischen Stiftungen wünsche ich, dass sie die frisch sanierten Gebäude mit Leben füllen und sich durch deren Geschichte zu neuen Ideen inspiriert fühlen. Allen, die am Wiederaufbau mitgewirkt haben, danke ich herzlich für ihre Tatkraft und wünsche ihnen viel Freude mit diesem Gemeinschaftswerk.